Genau, ich mache heute Interview und zwar für Body Xtreme, denn wir haben ja jetzt das Finale von der Body Xtreme Revolution und es ist auch kein, sag ich mal, normaler Grund, warum du jetzt hier stehst, richtig? Warum stehst du hier? Was ist gerade passiert? Ich bin Siegerin geworden von Body Xtreme Revolution. Siegerin der Body Xtreme Revolution, der Bikiniklasse. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Echt krass. Figurklasse, nicht Bikini. Nein. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, wir haben hier eine Dame aus der Figurklasse. Ich komme da einfach leider nicht mit, sobald ein Bikini an ist, weiß ich einfach nicht mehr, welche Klasse. Aber, Alter Schwede, was da, denn da eben auf der Bühne los, das war ja Konkurrenz en masse. Wie viel wart ihr? 30, 28. Also 820, so sah es auch aus. Und du hast dich aber super gestragen, ey, geile Sache. Wo sehen wir dich als nächstes? Jetzt auf der Newcomer. Also machst du Doppelstart heute? Ich mache Doppelstart, ja, wenn schon, denn schon. Das ist die richtige Einstellung. Ich mache eine knallharte Vorbereitung. Sehr gut. Und danach weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bestimmt nochmal am 15.05. dann die Deutsche, oder? Ja, kann ich sagen. Jetzt hast du erstmal Blut gelegt, jetzt wirst du noch ein paar mehr von diesen Dingern haben, oder? Natürlich, ja. Sehr gut. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, auch für die Newcomer gleich. Wir wären gespannt, vielleicht sehen wir uns gleich nochmal vor der Kamera. Ja, hoffentlich. Alles klar, bis gleich. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke.